Neuzugang Nummer 5 und damit Glück auf Anale Schalker und herzlich willkommen hier auf Körbos und Dosen mit zu den S04 News. Und nun ist es offiziell, Tomasz Ovejan wechselt zum FC Schalke 04. Der erste offizielle Transfer von Rufen Schröder ist nun also vollzogen und wir kriegen endlich einen neuen linken Verteidiger. Ovejan ist, wie man vielleicht schon hört, Niederländer, 24 Jahre jung und kommt per Laiebasis von Arzeg Alkmaar plus Kaufoptionen. Deswegen finde ich erstmal rein grundlegend ein guter Deal, den dort Rufen Schröder in Hand gezogen hat. Denn Ovejan bringt es mal in Erfahrung mit seinen 24 Jahren, war in Holland, Führungsspieler bei Alkmaar. In Italien hat er sich nicht endgültig durchsetzen können, war auch zuerst ausgeliehen, nach Italien eben gewesen, hat dort nur 15 Mal gespielt, seit letztem Herbst. Aber das ist erstmal nebensächlich. Ich finde, wir kriegen einen wirklich guten potenziellen Stammspieler für die linke Bahn, denn Ovejan ist ein Offensiv-Ausrichter-Linker-Verteidiger. Der kann links hinten wie auch links vorne spielen mit seinen Fähigkeiten, hat er sogar oftmals auch schon auf der 8 gespielt und somit verstärkt er einfach unsere linke Bahn. Und nein, damit heißt es nicht, dass wir nicht mit den Chalunoglu planen. Wir brauchen ohne den 2, die haben wir jetzt mit Ovejan und Chalunoglu. Also das finde ich erstmal wirklich gut und was endlich mal wieder auf Schalke stattfinden wird, ist ein Standard-Experte. Denn Ovejan kann extrem gute Standards reinbringen und so einen haben wir ja schon seit gefühlt Jahren nicht mehr gehabt. Thomas Ovejan kommt zur Plei-Basis, es gibt eine Kaufoption, sprich die kann man ziehen, wenn man denn möchte, nächsten Sommer wahrscheinlich dann. Und Ovejan sagte auch selber, dass die Gespräche sehr gut waren und sich in seiner Wahrnehmung noch mehr bestätigt haben. Er hat unglaublich Lust auf die Aufgabe, die zweifelsweise herausfordernd ist, aber er freut sich sehr darauf, schon bald das Königsblaue-Trikot zu tragen. Ist doch schön, wenn wir Spiele haben, die Bock auf diese Challenge haben. Ovejan scheint es zu haben und ich bin zufrieden mit diesem Transfer, nachdem wir jetzt schon unsere Achse aus Kaminski, Palzon, Latza, wie auch Tirode im Zentrum haben, haben wir jetzt mit Ovejan einen guten, soliden Mann für die linke Seite. Nicht mehr, nicht weniger, aber für den 2-Digisten ist es glaube ich ein guter Transfer und ich freue mich auf den jungen Holländer für die linke Seite. Ich glaube, das kann auf jeden Fall funktionieren. Eure Meinung interessiert mich, mal gerne in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, ist Thomas Ovejan ein guter Mann für den FC Schalke 04 und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Musik Musik Musik